Krom! Okay, also wir sind jetzt hier angekommen in Pale City. Das Haus! Die Häuser kippen die fast um. Ach komm, dann geh ich auch erst mal rein. Wird schon kein Fehler sein. Okay, jetzt fängt das Rätsel an. Was müssen wir machen? Ich denke mal, wir müssen den Fernseher herunterschubsen. Sieht mir sehr... Weil beim ersten Teil... Was ist denn hier schon alles? Heu, heu! Ruft die schon. Okay, dann schubsen wir mal den runter, falls es geht. Da oben ist eine Treppe. Ach, guck mal! Oh. Oh, der Thin Man kommt, oder? Okay, ab jetzt habe ich Angst. Bin ich jetzt Six? Hä? Die holen die jetzt weg. Und ich muss die rausholen. Das lasse ich nicht zu. No! Oh, oh. Was? Hallo? Hier ist niemand. Was ist das? Muss hier rein, ja, ja, ich glaube. Hätte ja auch noch... Ich werde das Schulkapitel heute komplett durchstehen, das ist logisch. Die Stelle! Gut, okay, wir haben es geschafft. Vielleicht können wir ja durch. Okay, das wäre zu einfach. Wir könnten natürlich einfach hochklettern, oder nicht? Oder wir müssen einfach oben drüber. Ey, der schrank ist schief. Oder nur einfach blöd. Ich verstehe gar nichts. Ach, vielleicht muss ich die Kiste dahin schieben, dass ich vielleicht hier rein kann, weil... Ach, nee. Stopp! Vielleicht muss ich auch einfach nach unten. Nein, der zerstörte Schnauze! Eine Ewigkeit später. Wir müssen einfach diese Kiste vor die Tür stellen, dass wir an die Türklinke reinkommen. Ich hole dich, ohne dass du es mitkriegst. Nein! Oh, Gott, daneben. Immer die Yeah sagen, muss man schlagen. Oder fast immer. Wie soll denn das gehen? Eine Minute, 37 Sekunden später Nein, komm bitte Okay, deine Hirne sind dir also doch nicht so viel wert Shit Ähm, hallo Hallo Ich glaube, die ist gerade mega aggressiv drauf Komm, 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 komm Warte, wie kann die so einen langen Hals haben, Mann Das soll eine Bananenschale sein Oh, nee Jetzt bist du die Jetzt bist du die richtige Six Warte mal, ist das hier die Stelle? Die wir schon Ich glaube, das ist die Stelle Ja, ich habe während ich das Bild gesehen habe Das war mal so ein Cover-Bild Auf der, ähm, Villain S2-Seite Ist das dein Ernst? Bist du, warte mal Also habe ich das gerade richtig gesehen? Die ist doch eigentlich runtergefallen, oder? Ich glaube, das ist so eine Stelle, die werde ich nie so richtig gut können Ist das eine Möglichkeit? Wenn du da... Nein! Nein! Was ist das für ein Ding? Verdammt! Hallo? Was müssen wir machen? Ah! Ich dachte gerade, der hat mich getroffen Nein! Ey, das macht gerade unnormal Spaß Das ist gerade richtig gut gemacht Ja, 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 ja Wir hauen schon ab Komm runter, verdammt nochmal Versucht ihr den zum Leben zu erwecken, oder was? Der baut die wahrscheinlich so zusammen Na gut, wir haben eben schon gesagt Gesehen, wie er sie auseinandergerissen hat Ach, ich weiß auch nicht Oh, das ist aber schon ein ganz schön gewagter Move Ah, wir haben es geschafft Habe ich dem das jetzt ausgestellt? Der ist gerade richtig sauer Dass ich dem seinen Patienten versau Ach, ich bin ja... Ich bin ja gar nicht Six Ich Idiot Hä? Renn doch! Buh Ihr kommt da aber nicht durch Ich gehe da runter Davor war es Ach Was? Da fällt die Kleidung runter Was hat es denn eigentlich mit der Kleidung auf sich? Ja, was ist das denn? Werfen die da Sachen raus? Oh! Nein, okay Und was hat es mit dem Turm auf sich? Oh, ist die schön, die Musik Es gibt eine richtig gute Atmosphäre Der Thin Man, ey Wir kommen näher, man Wenn ich das Licht nicht anmachen kann Ist hier nichts Nichts Gutes Oh oh Oder? Ja, warum auch nicht? Was? Hä? What? Alter, das hätte ich jetzt mal gar nicht erwartet Willst du? Das war nur ein Albtraum, oder? Boah, Gänsehaut Alter Der Thin Man kommt! Der kommt! Ja, ich weiß Ja, komm jetzt renn! Verdammt nochmal Jetzt ist er da Jetzt ist er ein echter Oh, shit Jetzt renn endlich! Wir sind so langsam bei dem Nein! Okay, das schreit danach Als müsste ich den Fernseher ausmachen Ähm Okay, ich weiß jetzt, warum der eine runtergefallen ist Die haben doch echt alle eine Störung, oder? Ey, das ist Was machen die? Warte mal Die fallen die ganze Zeit runter Ich weiß jetzt, was da immer runtergekracht ist Ach, wirklich? Jetzt bin ich genauso blöd Oh oh Ihr habt es doch alle gewusst, oder? Alle, die nicht da sind Das ist doch der Raum mit Thin Man, oder nicht? Das ist doch aus dem Trailer Sorry Dass ich alle spoilere, aber den Raum kenne ich Und schau's Hä, ja? Nein Das ist gerade ein richtig guter Anfang für diese Folge Okay, okay, okay Nein, nein, nein Du kommst nicht rüber Du wolltest schon beinahe Ich stehe dir da einfach wie so ein Volltrottel Bin ich blöd? Hä? Das bringt doch jetzt nichts Ah, ich muss weiter aus und stehen Okay Und was passiert jetzt? Jetzt bleiben wir ja dann im anderen Raum Ach komm, wollt ihr mich verarschen? Sechs ein halb Stunden später Geh da jetzt rein! Jetzt ist es wieder da! Willst du mich? Eine Ewigkeit später Falls da irgendeine Logik hinterstecken sollte Welche? Also hier sehe ich jetzt wirklich gar keine Hoffnung Dass ich irgendwas Also man muss die Tür zu machen Und dann reingehen Hä? Warum geht's jetzt nicht mehr? So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde Und man einen neuen anstellen musste Und sie jetzt hier raus Oh, ich hab's richtig gemacht Wir müssen die Tür ja aufschieben, oder? Nein! Kann es sein, dass ich immer da rein muss, wo das Wo das Gesinge ist? Was bitte sind wir? Ja! Hier geht's rein Sitze hier Mit der Spieluhr Verdammt Da ist nur die Spieluhr Irgendwo ist Six Die Frage hat sich geklärt Wie wär's mal, wenn du mir die Spieluhr geben würdest? Ups Wobei ich dich einmal ein bisschen geschlagen hab Jetzt kann ich hier wieder Jahre rum 2000 Jahre später Ich verstehe nicht, wie man die triggert Ich muss, ach, ich muss rufen Komm, komm, komm Jo Ich hab eine Idee Komm Jo Das war die Lösung Hä? Jetzt hab ich anscheinend so einen krassen Schrei, oder wie? Hey, bin ich jetzt wieder normal? Ja, Mann Was ist das jetzt schon wieder? Na Doch, okay, gut Komm Okay, das war's O thinks Die 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 Die